Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist der YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Und ja, ich wollte euch mal meinen Sixpack zeigen, den ich mir hart antrainiert habe. Ja, steck natürlich alles drin, man. Da steck Schnitzel drin, Jägersteg, alles, eigentlich ein bisschen viel Fett, paar Schokoriegel. Und die können sogar knurren hier, ich kann sogar tanzen. Sexbomb, Sexbomb, Juma, Sexbomb. Aber das Gute an, wenn ich die antippe, die knurren sogar meine Bauchmuskeln. Oh, oh je je, ja, passt auf Leute, meine Bauchmuskeln sind aktiv, Alter. Morgen, Leute, bin ich online am Dienstag und Mittwochvormittag und dann bin ich am 1. Februar wieder für euch da, Leute. Ich werde morgen ein paar Amerikaner löschen, die seit ein paar Monaten nicht mal online waren und neue Freunde annehmen, die hier schon sich angekündigt haben im PN. Und ich freue mich natürlich schon auf euch morgen, Abonnenten, Fans, Zuschauer und weiß ich gar nicht was noch. Also Leute, haut rein, euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.